hey internet und youtube zurück beim major night berichten wir mal karawane bürger pilger oder superheld korea ich trage das ins logbuch ein überwache den ganzen verkehr durch den außenposten auch wenn wir momentan nur eingänge und keine ausgänge haben wenn sie den befehlshabenden offizier suchen der ist hinten aber er hat eine menge zu tun wenn sie was zu sagen haben fassen sie sich kurz wenn wir uns ihre ausrüstung mal ansehen sollen lässt sie das machen falls sie die arbeitsanweisung und die anträge für teile unterschreiben wie kann ich helfen ich habe sachen was kostet alles klar dann unterschreiben sie bitte hier hier und hier ich unterschreibe tausend dinge wenn du wenn es nichts kostet ok wow ein kronkotten 1003 bist du verrückt neun kronkotten das geht ja wozu warum sollte ich das machen kampffelmen ok ist in ordnung du lass gut sein wie kann ich helfen hilfe nun ja sie könnten mit ranger jackson sprechen vielleicht hat er was für sie er leitet die sache hier meistens schickt er nur berichte nach westen die nicht gerade die besten neuigkeiten enthalten dort wer sind sie ich bin neid major night seit ewigkeiten muss ich mich mit diesen karawanen herumschlagen james bunt wer muss das ja machen ok klingt langweilig ist gar nicht so schlimm falls caesars legion übernippten nach westen vorrückt dann liegt der mojava outpost hier direkt an der front apropos was ist das für ein ort kontrollieren hauptsächlich die rnk grenze wir sollen dafür sorgen dass die karawanen entlang der i 15 und des highway 95 sicher sind weder der beste posten noch die beste stellung aber es ist besser als im osten oder im colorado zu patrouillieren da gibt es ziemlich viel legion alles klar goodbye so jawohl so habt ihr ein paar bleistifte hier herum legen okay jesus rot was ist los hast du irgendwas erschlagen suchen sie was ja bleistifte mein freund wie schreibt neiner schatt ab ja niemand hört ihr zu neiner niemand ist es nicht traurig ja du mich auch hier ist alles was ich jetzt mache ich auch nicht da sind wir schon zu zweit nicht schlecht was kann ich ja sabotieren meine ich nichts was ist nein ich weiß ganz genau was ich tue abgesehen davon dass ich mit irgendeinem jackson ranger jackson habe ich die meine aufgabe markiert da ich denke schauen es ist der loading screen we love the loading screen kampflos geben wir nicht auf darauf kann sich die legend verlassen da sind wir froh darüber und ich bin auch sehr ein herzer stein dort gehen wir hin ranger jackson war das nicht sie da oben etwas wir suchen jetzt trotzdem hier gibt es massig blinkie blinkie wo ist er denn du sie kommen aus dem norden sie müssen ja ganz schön irre sein wenn sie sich auf diese straßen trauen die legion hat nippen angegriffen alles verbrannt und jeden getötet was das kann nicht sein wir sind meilen von colorado entfernt sie warten nicht mal bis der dampf fällt sie sind schon hinter der grenze machst du dir ins hüschchen nicht aufhalten wir werden untergehen danke für die neuigkeit auch wenn es keine gute ist ich sag's den männern haha 135 ep ja nein da wurde sich auch warum du im kreis gehst von der aufregung als ich diesen auftrag bekommen habe hatte ich mit mir zockerei gerechnet ja ich habe points mein freund die kluft die wiedervereinigung was war denn das schon wieder ja ich muss jetzt eigentlich ganz woanders hin das war jetzt und wo ist der andere ranger danger ranger danger namens danger ranger danger baracken sehen wir uns die mal an die betten gemacht sind hallo hallo lacy ein neues gesicht im außenposten kommen wohl aus dem norden also was soll es sein aber ich will nicht arbeiten ein spielchen was caravan nein 30 karten okay wieder da typisch shut up was hast du zum verkaufen meine gute und zwar waffen interesting hilfsmittel eine arzttasche ich habe sicher tausend sachen zum verkaufen möchtest du ein bisschen dynamit ich habe so viel nur damit es hier ein bisschen günstiger wird weißt du laser gewert gedänt okay plasma defender das war gut aber oder bis pleite ich akzeptiere trotzdem ich bin nicht so arbeit arbeit hier sprechen im hauptgebot ich weiß ja nicht allzu viel okay das ist ordentlich interessant schon gut 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 du hast einen guten deal mit mir gemacht cas baby willst du ärger ich will ganz was anderes du um was ich mich hier kümmere ist ganz allein meine sache deine sache was tja darum solltest du dich wirklich besser kümmern dann mal husch bei dem geistlosen gesichtsausdruck du hast scheint es um deine sachen ja nicht sehr gut bestellt zu sein ich glaube wir haben etwas überreagiert oder wie wäre es mit einem drink wie es mit einem drink wäre wie wäre es mit einer menge drinks meinst du wohl ich trinke um zu vergessen aber es macht mich nur wütend whisky bringt mein blut zum kochen heute noch mehr als früher im westen hat das saufen jede menge ärger gemacht bis ich genug leute umgehauen hatte dann waren sie lieber still wenn ich whisky gekippt habe was versuchst du zu vergessen habe meine karawane auf dem weg nach norden verloren der fahrer wurde verkokelt sie haben nicht mal die ladung geklaut es ist nur noch asche über okay das klingt nicht nach ich tippe auf die legion wollen die versorgung der rnk kappen sieht man am mojave outpost wird besser bewacht als ne vigas jungfrau keine karawanen gehen raus und keine kommen rein und versucht darüber mal mit jackson zu reden sagt immer die straßen sind nicht sicher ach ehrlich du abgehalfterter alter wichser da brauche ich keinen gelehrten der bruderschaft um das zu merken wer ist jackson rnk offizier soldat was auch immer ist der chef hier ist rüben jackson will mich nicht nach norden ziehen lassen ist nicht sicher und obwohl meine karawane weg ist muss ich wegen den papieren hier bleiben bist also wegen arbeit her gekommen mein tipp sucht das büro der kaminroten karawane im süden von vegas die können dir helfen da muss ich sowieso hin denn die schulden mir geld ich habe noch eine andere frage woran hast du gedacht der whisky und ich sind alte freunde das ist schon nicht auch zum karawanen geschäft gebracht weißt du musste aber anfangen wasser statt schnapps zu transportieren ich nicht umgestiegen werden werden am ende der reise nur noch leere flaschen auf meinem brahmin gewesen okay ich gehe pass auf dich auf eifersüchtig willow durch die mojave lässt einen fast auf einen nuklearen winter hoffen trooper super trooper was ist denn ich sehe mich hier oben und vielleicht stehle ich auch etwas hallo oh wie sie alle schlafen hier kann doch kein mensch so ohnehin leer die truhen dankeschön hinten wird die volle truhe mit allen möglichen waffen gewesen ich weiß es ganz genau kampflos geben wir nicht auf darauf kann sich die legion verlassen ja nimm mal das tuch aus dem mund bevor du mit mir redest oder für die karaminrote karawane ja eddie wo ist eigentlich eddie ist es weit weg holly ich meine ich habe sie noch nicht entdeckt von daher holly das ist okay das war aber nicht die kaminrote gedänzt wo ich hin sollte richtig sunny time cigarettes headquarter okay ähm ich bin mir nicht sicher vergöttert genau so soll es sein aber eddie habe ich nicht gemacht wir machen eddie wir gehen wieder raus oh jackson ich brauche noch jackson 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 action jackson licht dankeschön bleistift und negativen hochverfahren ferngläser hängt von der arbeit ab es gibt wohl probleme in nipton kein verkehr von dort auf den straßen das kann man zwar irgendwie erklären aber den rauch über der stadt nicht ich weiß schon bescheid da ist sicher was passiert ich muss nur wissen ob es überlebende gibt könnte die pulverbande gewesen sein bei all dem rauch in der luft wenn da noch jemand ist dann sicher im rathaus von nipton ich war schon da nipton wurde von einer legion angegriffen die legion hat diese sickergrube in einen friedhof verwandelt die legion so weit im westen das ist doch wohl ein verdammter witz niemand hatte gedacht das ist nicht außerhalb der grenze sie rücken an und das schnell nitten war nicht die freundlichste stadt aber nun gut danke dass sie sich das für mich angeschaut haben leider beruhigt mich das nicht sehr ich bin jetzt angespannter als je zuvor ok hast du freunde in nipton? nie im leben das war ein drecksloch und es hat sein schicksal verdient aber nicht durch die legion sowas verdient niemand nun danke dass sie den weg gelatscht sind auch wenn es schlechte neuigkeiten waren die beschissen sei nicht traurig die wüste lebt abgeschlossen perfekt points danke für die hilfe wäre schön wenn die anderen hier so motiviert wären exakt darf ich das jetzt nehmen? wir machen lieber kurz mal F5 hey aber das war nichts in der sache es ist gar nichts passiert dann weißt du was dann weißt du was ist ich bin unsichtbar nein aber gleich pass mal auf weißt du was was ich mache ich probiere items hilfsmittel stealth boy man ihr seid aber hier das ist natürlich vollkommener quatsch jetzt oh god da muss ich 20 leute anklicken damit sie warten das ist natürlich nicht sexy oder mal sehen ob sie es merkt leise gibt es sonst noch was zum stehlen? sie merkt gar nichts weißt du was dann nehme ich auch noch fuck ich hätte es nicht übertreiben sollen ich hätte es nicht übertreiben sollen okay pass mal auf ich nehme jetzt trotzdem ich will dieses Fernglas ich will ich will es ich will es ist meins ich habe noch nie hier ein Fernglas benutzt glaube ich aber es gehört mir schaust du mich gerade an? nur nicht aufregen nur nicht aufregen okay wo bist du drinnen? unter Hilfsmittel? oder unter Waffen? okay was 4 werde ich wieder vergessen aber das ist nicht die Escape Taste sondern die Tab Taste 4 okay ich bin noch immer im Stealth Boy okay wir hauen hier ab weil wartet habe ich die Aufpackgabe markiert mein lieber Eddie ich habe es markiert aber wo auch immer da siehst du das ist irgendwie sexy mit dem Fernglas muss ich schon zugeben das Ganze hier auszuspionieren die andere Sache ist ich habe natürlich eine Waffe mit einem Scope drauf von daher wozu? aber ich musste es haben ich musste es haben hier ist nichts drinnen das wusste ich ganz genau warum wird mir das nicht angezeigt? verdammt nochmal what the hell? okay das war mein oh mein Herz Items Waffen gib mir das und zwar auf Sex damit ich mir das nie merke irgendjemand möchte hier Ärger aber oh mehr gehen irgendwo hin shut up so können wir hier rauf ist es zu steil ist es zu steil Kommando zurück Kommando zurück Kommando zurück meine Freunde wer möchte er kommt zum spielen vorbei das ist nicht oh hier was bewegt sich hier what also ich muss schon sagen was zum Teufel was ist habt ihr das gehört wenn ich denn angeklickt hatte tut mir leid ich habe dir nicht zugehört ich hatte Platzpatronen drin das ist nicht sexy Morningstar Höhle okay ja wunderbar jetzt haben wir noch schlechtes Wetter hier fantastisch ich bin mir nicht sicher ob ich hier schon mal was wir gehen absolut soviel zum Thema quiet schön dass wir darüber gesprochen haben vielleicht solltet ihr nicht alles töten was bei 3 auf den Bäumen ist vielleicht sollte ich diese Option bei dir aktivieren Niner so Niner nicht aggressiv sein oder passiv sein nicht sicher eigentlich du bist ein Mörder du bist ein verdammter Killer ein Psychopath ein Drogensüchtiger Psychopathen Killer holy shit nicht aufstehen Konzentration Überraschungsangriff Oh eine Leiche Perfekt Trennen Sie Trennen Sie Trennen Sie die Körperteile ab ich brauche nur noch 900 ist das sexy oh yeah jetzt Okay Okay Dietrich Gehen wir auf 80 Ich habe doppelte Punkte oder reicht mal 80 ganz wäre sicher sexy gehe ich auf 60 Obwohl schleichen auf 60 und nee Quatsch mehr Guns Baby mehr Guns Unglücksfee werden ihre Gegner denken dass sie die Oberhand haben kommt die Unglücksfee und stellt ihre Welt auf den Kopf Ah nur im Wazzi Modus den ich nicht benutze Nachtmensch Ach so dann steigen Intelligenz und Wahrnehmung Mysteriöse auch nur im Watz okay uninteressant Mr. Sandman Wenn du in Sneak Mode bekommst du zu silentlich kill einen Human Kampf den Mächtigen RNK Legion oder Bruderschaft Okay hier hätte ich das Finesse Oh noch mehr kritische Treffer nicht schlecht Beschützerinstinkt ist mir Wurst Run and Gun Ladykiller Junkcross Intensives Training Boah Finesse ist nicht schlecht oder mehr kritische Treffer Obwohl ne Zivis Training Gib mir Überleben und Waffenlos habe ich ja kaum was Charisma Fälsch Entsparen Bewusst Intelligenz Wissenschaft Reparieren Medizin Beweglichkeit Schusswaffen und Schleichen Glück Ich gehe mal Glück höher Ich will auch gar nichts speichern derzeit Mein Freund Das finde ich nett von dir Söldner Wieso bist du hier unten mit so einer popeligen Ausrüstung Auf die Nacht Pirscher Völlig Wurst Ich habe keine Angst Ich habe absolut keine Angst Komme ich hier gerade her oder was ist hier da Was ist hier der Deal Tappt nochmal jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus Gehe ich jetzt gerade zurück Shut up Hier weiter Hier weiter Oh das war's Okay Das kann Okay Ich bin ziemlich müde Ich bin müde Sicher dass hier nichts sonst ist Ja Energiezellen Na ja Junge Nacht Pirscher Seesack Hier Vielleicht ist hier Irgendwas muss hier doch Okay Take it Shotgun Take it Zeug mir nicht Ich wüsste was ich am meisten haße wenn ihr irgendwo in der Höhle seid und irgendwas Wichtiges dann verpasst Irgendein Geheimnis was man finden kann und dann Hat sich's ausgeheimnist weil man's nicht gefunden hat Und dann muss man hier wieder ganz zurück gehen Aber gut Wir haben's entdeckt Wir haben hier den Ort entdeckt Von daher Ah What Alles in Ordnung Ich hoffe es regnet nicht mehr Das ist das Gegenteil von nicht regnen Holy Ich würde echt gerne vorbeigehen Dankeschön Vorsichtig Jungs Und Mädels Ekelhaft Wird das ein super Schuss Passt mal auf Oh no Ich bin erkrankt Ich muss schlafen Oh no 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 Atomic Cocktail Okay, ich nehme erstmal hier kurz den Gecko-Stacks und... Okay, ich bin nicht mit dem Schlafentzug. Holy shit. Bleibt da unten. Ist irgendwas im Busch. Passt mal auf. Passt mal auf, sie unterhalten sich hier gerade und... Okay, ich bin mir nicht sicher, wer mir die Platzpatronen von euch hier reingetan hat. Um ganz ehrlich zu sein. Bullet Drop. Bin mir nicht sicher, aber irgendwas ist hier ganz schön. Wow, slow-mo. Ihr zwei westlicher... Gedenz Canyon. Bin mir nicht sicher, was wir hier haben, aber jede Menge... Goldgecker? Bist du der Feuerspucker? Wie wär's mit ein bisschen Meat? Nicht, dass ich es unbedingt brauchen würde, aber hey... Bisschen Meat schadet nie. Was haben wir hier? Nichts. Radioaktivität. Super. Okay, weißt du was? So. Na also. Weg mit deinem Kopf. Naja, wir... Schau mal nach, was hier passiert ist. Exakt. Traurigerweise. Okay, ich werde verstrahlt bis... So geht nicht mehr. Warte mal, bin ich jetzt an der gleichen Stelle? Nein, oder? Doch. Das ist die umgekehrte Richtung. Okay. Oh, ich... Startete. Exzellent. Schätze ich, hier ist nichts. Gehen wir wieder zurück, bevor wir hier... Aber danke, dass ich es entdeckt habe, obwohl ich es schon entdeckt habe. Man kann hier nicht oft genug was entdecken. Okay, wir müssen... Wisst ihr was? Ich gehe einfach so herum. Ich gehe einfach so herum, bis ich was entdecke. Ja, immer entdeckt man hier irgendwas. Der Canyon, hier komme ich sowieso nicht vorbei. Und hier bin ich wieder... Okay, ich bin hier total am Ende, allerdings. Canyon Station. Drive in. Nipton. Shipping Office. Verlassener... ...Under City. Nichts entdeckt. Good Springs. ...Walt? Warum bin ich hier gemieden? Kann man das irgendwie... Überall gemieden? Ich finde, das ist echt eine Frechheit. Wenn wir direkt in den Nebel gehen, ich denke, das ist auch nicht die beste Idee. Big mistake, friend. Shut up. Yes. Meisterschuss. Meisterschuss. Noch jemand? Oh, wer liegt denn hier? Oliver. Ah, das ist eine Lotterie schon. Das war er? Das ist nicht lustig. Oliver. Das war eine ganz schlechte Idee. Yes. That's the way I like. Wir sind noch lange nicht da, denn wir wissen gar nicht, wohin. Ich soll mir hier punkten. Was macht ihr? Mal sehen. Jesus Christ. Fünf läppische Ips. Aber mehr Ips. Oh, sieh mal, was wir hier haben. Eine Munitionskiste. Das ist immerhin besser als nichts. Eine Munitionskiste mit etwas ist besser als keine Munitionskiste mit gar nichts. Wer ist das? Bist du rot? Oh, lass uns mal sehen, was hier passiert. Nichts. Ohohohoho. Ich meine, warum geht ihr hier auch so rum? Ist ja auch völlig bekloppt. Das ist nur mal eine ganz miese Idee von ihm. Big Mistakes. Okay, jeder kann wieder durch den Nebel gehen. Es ist alles in Ordnung. Fast. Irgendein kleines Vieh ist noch. Geh, wo ist der... Wo ist der Typ hin? Sag mir, dass du was Gutes dabei hast. Das wäre nämlich echt gut. Das ist... Eine Eieruhr. Eine nehme ich mit. Irgendwann werde ich diese Eieruhr brauchen. So warm hier. Da hast du verloren, das Schwänzchen, was? Ich habe mir ganz blöd gelaufen, mein Freund. Wo bin ich? Wo bin ich? Hier. Okay. Kojoten-Bau, wir kommen hier nirgendwo weiter, richtig? Ah, wisst ihr, wo ich hin will? Ich will in diese Richtung generell. Irgendwas entdecken. Obwohl, schlafen wäre nicht schlecht. Hier haben wir auch schon was zu entdecken. Excellent. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn ich auf Entdeckungsreise gehe. Hör auf. Ich bin fachig und ich will einen Trinken. Ich kann nicht auf den Rücken und trinken am gleichen Zeit. Ich bin glücklich auf meinem Gesicht. Okay, wir machen hier alle eine Pause. Wir trinken was. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Ähm, Gecko Steak. Ich habe nicht mehr viel. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich müsste dringend schlafen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.